hallo hier ist der martin von money monkeys dass die dachs analyse für nun montag den 9.8.2021 und das bild kann gar nicht treffender beschreiben was wir hier im dachs jetzt vor uns haben also man kann auch auf deutsch sagen wie das machst machst du es verkehrt alles geht nichts muss ich weiß gar nicht was es noch für rätewendung gibt aber das ist echt schön richtiger weg nach rechts falscher weg nach links aber dann doch dieser weg nach rechts einfacher weg nach rechts ist es schon cool von daher passt das ganz gut auf die ausgangslage im dachs ich habe euch mal einen zum beginn einen nackigen wochenchart reingelegt und nach dem wochenchart nach dem bild wäre es wäre es eigentlich verbrechen es wäre ein verbrechen wenn er jetzt nicht oben mal über die 16.000 rauskommt also man muss schon ganz klar sagen so wie der jetzt hier steht sieht das schon aus wie als kann er da am montag eine gute schippe nach oben schieben und ich sag mal vom so von typischen bewegungs muss dann am montag muss er von anfang an der muss eigentlich die hauptbewegung muss der bis 10 uhr schon fertig haben ja das heißt schön durchziehen schon von früh 8 uhr an schön durch power dann 9 uhr noch mal eine kerze oben drauf stellen schöne lange kerze und dann was weiß ich das nächste ziel wäre jetzt ja oben die 8 30 ja aber wenn man aus der perspektive guckt müsste es eigentlich schon höher damit müsste eigentlich schon an 9 die für an die 49 gleich montag früh und 10 uhr das wäre typisches bild für den dachs auch für bullige wochen und dann passiert die christliche woche wahrscheinlich gar nicht mehr so viel halt ne außer dass er dann da oben einfach weiter zur seite eiert auf jeden fall aus der perspektive her das liegt auf der zunge man muss aber dazu sagen und das ist halt einfach so dass auch das vor zwei wochen ähnlich krass stark aussah auch das sah aus wie ach komm alles klar durch garantiert 16.000 und man kann eigentlich so fast jede woche anzählen und sagen ja das sei jetzt auch nicht aus wie als geht es runter die woche danach und selbst nach der woche hätte man sagen können ja gut das geht jetzt oben raus selbst nach den wochen hätte man sagen können na jetzt kommt die booster rakete und sie ist halt einfach nie gekommen und das ist nicht von der hand zu weisen und deswegen bin ich schon nach wie vor auf dem trichter dass wir sagen sollten wir handeln halt das was kommt das was sie sehen so und auch da müssen wir sagen wir sind über dem long trigger drüber wir haben die 670 überwunden auch die 700 überwunden das heißt er hat es umgeklackt den trigger hat das erste teilstück nun zum was hat man jetzt freitag erreicht ja und kann jetzt hier noch den rest zu machen in sack ja indem er jetzt hier weiter hoch arbeitet und über 810 830 weiterarbeitet solltet ihr 8 uhr 9 uhr auf die kiste gucken und ihr seht dass der nicht über 8 30 steht dann können wir schon direkt die den arm lang nach vorne strecken die finger zur faust ballen also die hand zur faust ballen den daumen raus strecken und dann das handgelenk um 180 grad nach unten drehen so dass der daumen nach unten zeigt weil dann ist das einfach mal dann ist das wieder so eine kacke wie wir die ganzen letzten wochen krieg also das ist das ist der eine oder andere freut sich ja drüber ich würde mich ja auch freuen aber ich würde mich viel mehr freuen wenn er mal eine richtung richtig durchgeht halt wenn er wenn er fällt dann auch bitte richtig eine schöne trend bewegung rein wir sind immerhin im august der september steht vor der tür also sind schon auch monate wo ein dax durch das auch fallen kann ja und das muss aber erst mal fallen das ist keine schöne ausgangslage wo ich mich jetzt großartig freuen würde wenn er fällt weil ich hier auch nicht großartig drin rumschorten werde jetzt zum montag ich würde mir erst wieder die short suchen wenn wir wirklich eindeutig abgekippt sind sowie ich vergleiche immer ganz gerne hier mit der situation wenn er da irgendwo mal richtig schön anfängt und zeigt da ich will runter denn gerne dann gerne auch weiter also zum beispiel montag wenn der ich sag mal zehn uhr unter 730 steht ja gerne dann schaut bis 670 und vielleicht sogar schon 630 was ist das hier jetzt ja 630 ne also das wären so die ziele wenn er wenn er montag wieder schwach rein startet dann kommt er da runter und dann kriegen wir zum dienstag auch noch ein neues tief was dann richtung 570 580 550 510 geht aber dafür muss das fallen halt ne also ich würde jetzt nicht punkt 8 uhr wenn der bei 780 steht in short rein wuchten weiß ich nicht würde ich nicht wollen wenn wir das risiko zu groß dass der oben richtung 49 gepusht wird und wahrscheinlich schon 9 uhr dann also das macht er vor 9 30 dann noch bestimmt das ist typisch die schläge die kommen an also solche wochen aus solchen situationen raus die machen die hauptaktion eigentlich schon am montag und zwar so dass es gar keiner mitkriegt das ist entweder auf der 8 uhr kerze oder auf der 9 uhr kerze findet die action statt das kann jetzt hier 8 uhr 9 uhr und dann bullert der einfach einen ganzen restlichen tag zur seite das ist so das bisschen das bullige szenario was ich sehe auf der oberseite und wir haben auch im premium dienst uns mal die einzelwerte alle angeguckt da gibt es schon so ein zwei drei werte die da ganz alleine dafür sorgen könnten dass der das noch macht und vielleicht dann auch erst mal wieder ein bisschen abkühlt na also als sehr interessante situation auch auf den verschiedenen werten wir haben uns da die obersten 10 ich glaube am ende sind doch zwölf werte geworden aber die obersten 10 mal angeguckt das ist schon das ist schon interessant wie gegensätzlich die momentan auch aussehen als das sind nicht mehr viele aktien die da richtig das treiberpotenzial im dax haben wo man auch sagen kann ja die können erstmal nach oben raus laufen wie sie lustig sind das sind nicht mehr ganz so viele halt na das ist eher eine kleine hand von den werten die da schieben und die anderen die sind die stehen immer mehr so auf der klippe die warten halt einfach dass ihnen einer eine hinten hinterkopf klatscht damit zu merken auch jetzt muss ich anfangen zu heulen so sehen die aus manche titel dort na also wirklich wie als fangt die bald an kopf auf den tisch runter zu legen und zu heulen und sich mal ein bisschen nach unten rieseln zu lassen aber da ist es genauso wie im dax so lange da keine roten kerzen kommen fehlt da einfach der beginner impuls der anfang es braucht alles irgendwo einen impuls damit es runter geht der ist hier erstand jetzt nicht zu sehen und daher wäre es jetzt vermessen oder wie soll ich sagen käse zu sagen ja der mutter wird jetzt brutal nach unten abverkauft werden es gibt einzelwerte die kündigen das bisschen an das gibt es auch noch zwei drei kräftige die hier die hat wirklich viel momentum gerade auf der achse haben und dann noch locker noch ein paar punkte eben durchschieben können und das ist so ein bisschen das ist halt hier pfeil also ich ganz ehrlich aus der situation ich würde wenn ich 8 9 uhr mich entscheiden würde aber eher lang ja es ist halt einfach so und wenn er dann auch ein bisschen stärker rein steht eher lang das ist halt so was nicht unbedingt das was ich mir jetzt hier vorgenommen habe für den monat aber ist dann ich kann es dann auch nicht ändern ich kann den dax nicht ändern auch wenn der eine oder andere immer mal böse wird wenn wir so eine analyse machen aber ich habe es nicht in der hand ich kann eben ich kann das so ein bisschen eingrenzen ich kann sagen ja jetzt hier hat er gute chancen solange nicht da wieder drüber geht aber wenn er da halt drüber geht dann muss auch ich erst mal den kopf wieder runter ziehen und den land erst mal machen lassen bis wir wieder neue signale kriegen die irgendwo was anderes am sagen und hier hat er halt den long trick umgeschmissen der ist noch aktiv und ja ich bräuchte jetzt hier zum montag einen schwachen start unter mindestens mal 57 damit der rund daraus überhaupt eine chance kriegt na ansonsten wäre alles was jetzt hier seitwärts oder leicht aufwärts geht das wäre eher indikative hoch aufpassen müsste man ein bisschen wenn ein aufwärts gibt kommt und das aber sichtbar abverkauft wird aber wenn wir ein aufwärts gibt kriegen und er zieht nach unten kann man sich eigentlich direkt einen stop bei über das hoch dann legen wo er reinkommt das mal als konkreteres beispiel dax eröffnet bei 850 und kauft runter verkauft sich runter auf 820 steht bei 850 kann man durchaus über 850 ein stop bei reinlegen weil wenn er dann nicht runtergetreten wird und trotz aufwärts gäbe nur den abverkauf ab antäuscht und wieder hochdreht dann drückt es dann auch noch weiter hoch dann geht er noch in den 900 bereich rein und 940 und wenn er ganz dicke eier hat dann machte gleich die 16.000 klar und holt die leute alle raus also weil das ist hier das ist stopfresszone das ist einfach so da liegen zu viele chaos einfach die dort auch hingerutscht sind vielleicht über die letzten wochen selbst unser ko den ich hier drin habe den 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 vor monaten haben wir den reingestellt der hat schon so 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 lange durchgehalten der ist da oben nicht mehr so sicher jetzt zum montag das muss man ja schon so sagen zumal der ja auch runtergerutscht ist der war ursprünglich mal hier über der grünen kannte und bei chaos ist es halt so wie beim cfd das rob immer wieder ausgebucht wird das ist beim ko die ko schwelle die nach runter gegangen nach unten gezogen wird der der zeitwert verfall der letztendlich hier irgendwo auf den ko einwirkt und der liegt jetzt schon unter 15.000 unter 16.000 halt dann könnte dann hier rausgetreten werden und da sind bestimmt auch einige drin so was für den markt schon ein bisschen interessant aber wir brauchen auch nicht stärker macht er wieder nur das was er die ganzen letzten wochen gemacht hat und schmeißt sich nach unten gerne dann ist es wieder so dann gucken wir uns das ganze noch mal und dann fangen wir die ganze woche an das gleiche zu erzählen ihr werdet auch lachen ich wäre in wie viele tagen ich wäre euch nächste woche nächste woche freitag werde ich euch mal ein video verlinken weil da ist nämlich ein besonderer tag das nämlich jahrestag auf dem money monkeys youtube kanal den gibt es dann nämlich ganz genau fünf jahre und wenn ihr euch das aller aller erste video dann mal anhört was wir in jetzt einer woche vor genau fünf jahren eingesprochen habe oder was ich eingesprochen habe es ist genau die gleiche es ist genau das gleiche ich will jetzt nicht gesagt es ist die gleiche gülle dann schimpfen die leute wieder dass ich solche worte benutze deswegen sage ich das mal nicht zwinger zwinger aber nichts anderes erzählt seitwärtsphase seit über einem monat er hat er nur zur seite muss man das machen muss man das machen es ist fast fast die gleiche situation aber damals nach oben ausgelöst und das im september also er hat einmal noch mal nach unten ausgeschlagen richtig kräftig unten ausgeschlagen und dann ist er von damals 10.600 auf gut 12.400 am stück fast durchgezogen ja das war auch das war auch in den schwachen monaten aber so muss ich ganz ehrlich sagen hat er auch ein bisschen andere ausgangslage damals gab da hat er seine korrektur schon hinter sich gehabt hier sieht das jetzt ein bisschen anders aus ja hier sieht das ein bisschen anders aus hier ist ja der dax wirklich seit gut eineinhalb jahren jetzt durchgepacet ganz gut auch durchgepacet und ja ich glaube da haben wir auch die letzten tage schon mal drüber gesprochen ich würde dem schon er auch das potenzial unten zu sprechen aber halt auch erst wenn er das signal halt gibt und ja gut wenn ich das jetzt wieder sehe also wenn der montag da jetzt nicht die zündung bringt der freitag hat schon tolle tempo rausgenommen er hätte ja auch schon neues allzeit hochsetzen können oder hat das sogar schon er hatte hat er nicht hatte nicht warum hat das nicht zwei punkte gefehlt warum hat das nicht zum freitag setz das sieht so ein bisschen aus guck mal hier ganz antrieb voll voll die power von hier unten vom tief weg und dann schöne abc zwar nicht schön im sinne von komplett sie ist halt einfach nur fertig sie ist nicht komplett aber sie ist fertig ne und dann lässt er hier echt tempo tempo liegen weil das ist das tief von dem er kommt in 12345 kerzen hoch hatte dann gerade mal 350 punkte geschafft das war von hier nach da schon eine andere ausnummer und wenn man wenn man da mal so ein bisschen welttheorie noch mit dazu nimmt dann ist ja immer die die erste in einem impuls das ist der antrieb dann kommt eine kleine konsolidierung und dann kommt ja die eigentliche da kommt die eigentliche welle mit der öffentlichen beteiligung drin also die 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 meiste ausprägung hat die 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 am stärksten am dynamischsten ist das sieht man ja jetzt hier gar nicht da müssen sie sich wirklich zum mittwoch und zum montag jetzt ganz schön ausgaben dass das noch drinnen bleibt und wenn er jetzt hier abdreht rot dann ja dann geht auch hier wieder tronte halt na also dass das also im wochen chart sieht es super aus im tag ist chart ist ja ganz schön erschöpfung schon wieder drin also dass das die freitags kerze sieht schon fast eher so danach aus wie es wird die montags kerze weg verkauft das ist echt ich kann nur das bild immer wieder zeigen das ist hier momentan kannst du jetzt als analys kann sich wuschig reden was hier alles geht das zeigt alles irgendwo in andere richtung kurzfristig muss man sagen haben wir die aufwärtspotenziale mittelfristig würde ich hier schon eine trend erschöpfung andichten und ihm sagen dass er dann auch bald wieder umkehren muss signal haben wir dafür auf den unteren zeiteinheiten nicht leichte erschöpfung vielleicht sichtbar aber das ist das reicht noch nicht auch auch das hier das reicht noch nicht dass das nix markant rotes drin das ist stabil zur seite auf hohem niveau das ist das ist nicht negativ das ist eine schwäche schwäche ist wenn da lange rote kerzen kommen ja und deswegen dreht sich alles wieder im kreis er hat schon eher den vorteil gerade oben kurzfristig betrachtet und dann müssen wir gucken wie kommt der und wenn er der abverkauf hat wenn er wieder die roten kerzen ins gesicht gepresst bekommt wir dann darf man auch wieder short reinholen und muss halt hier momentan echt du bist auf keiner seite sicher dass das ist eigentlich die quintessenz von allem dass der dreht und wendet sich momentan wie er lustig ist das ist ja einfach so da kann man nicht sagen dass sie dass sie longs die großen gewinner der letzten wochen sind das kann man nicht sagen weil jedes mal wenn es richtig gut aussieht dann fällt da auch einfach wieder 500 punkte runter das ist kein zeichen von absoluter käuferüberhang und käuferdominanz das ist auch kein zeichen von die die käufer die sind hier die die absolute superhelden die geben sich beide momentan nichts beider seiten geben sich immer wieder die flanke und hier muss man sagen haben jetzt die käufer einen vorteil nutzen sie das halten sie ihn oben halten sie ihn so stabil wie das jetzt hier sieht dann kann er bis 49 bis 16.000 durch kriegt der harte roten kerzen ins gesicht geschmissen jetzt wieder zurück richtung 670 630 und bricht auch die jetzt auch eine ganze etage dann wieder tiefer richtung 3 50 4 60 4 15 die fehlt noch ja und von daher würde ich sagen wir wir machen hier jetzt erstmal einfach zu verfalls woche ist noch nicht die ist erst nächste woche also die in der in der nachfolgenden woche das wir hatten den freitag nämlich nicht auf dem monatsersten dem das war noch vor woche vor monat genau die der monate angefangen am zweiten das ist jetzt die zweite woche damit es keine verfalls woche ja und guck mal wie es sich so gibt also wie gesagt ich gehe davon aus wenn er was leisten will dann muss er dann muss er jetzt pressen am montag dann hat er die besten chancen hier den überraschungs moment und das momentum zu nutzen muss montag pressen acht uhr oder neun uhr das darf sich gerne aussuchen und alles was unter 59 geht das wäre für mich schon eher unter 57 geht alles was unter 57 geht wer für mich schon eher ein grund den noch mal runter richtung 670 und 630 anzuzählen fertig aus ende im gelände mehr brauche ich nicht zu erzählen wie bin ich jetzt überhaupt auf 16 minuten gekommen keine ahnung ich glaube ich habe die ganze zeit das gleiche erzählt dann ist das so also ich wünsche euch viel erfolg am montag dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss